Ey, Alter, das war definitiv rot. Man muss auch mal ein Zeichen setzen am Anfang. Ich schwitze schon ein bisschen weg. Irgendwas stimmt nicht. Geh! 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 Mach ich ihn! Herzlich willkommen, FIFA meets Music. Das ist sozusagen unser heutiges Motto. Wir haben Kevin Trapp und einen Special Guest, nämlich Star-DJ Boris Breher. Herzlich willkommen. Guter Jungs, wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung bei euch? Aufgeregt. Ich auch. Nein, alles gut. Ich glaube, wir lassen es uns nicht anmerken, aber ich bin schon ein bisschen nervös. Wir kriegen das schon hin, ne? Ich glaube auch. Wir lieben heute FIFA 21. Seid ihr da Experten drin? Nein. Ich bin wahrscheinlich noch weniger als Experten. Ich habe es tatsächlich noch nicht ein einziges Mal gespielt. Wir machen Zufall, oder? Ja, ich denke, das ist am einfachsten. Dann kann auch keiner was sagen. Und wir lassen uns überraschen. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Nein, aber ein Freund von mir wird sich freuen, weil der ist Freiburg-Fan. Ich habe niemanden, der sich freut. Dann nehmen wir dir. Aber wir können es nehmen. Okay. Voll automatisch. Ich bin heiß, ich bin heiß. Okay. Viel Glück. Wir machen Unentschieden. Das ist fair. Ich verliere ungern, sagen wir es mal so. Ja? Na gut. Viel Glück. Ui! Da war der erste Tunnel, glaube ich. Kann das sein? Wissen nicht. Nein. Ey, Alter, das war definitiv rot. Man muss doch mal ein Zeichen setzen am Anfang. Gut. Wir haben noch keinen Torschuss, glaube ich, oder? Nein. Das ist ziemlich blamabel. Das ist von Taktik geprägt, dieses Spiel. Jetzt. Alle kriegen es hin. Jetzt. Jetzt. Nein, 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 nein. Ist gut, dass du nicht Frankfurt bist, dann kann ich mich selbst nicht beleidigen. Machst den Weg zu. Jetzt machen wir einen Fernschuss. Warum schießt der so? Was ist das denn? Hast du Risch draufgehauen? Ich dachte schon, ja, aber anscheinend nicht. Pause. Wie war's? Männer? Schwitzschutz. Irgendwas stimmt nicht. Ach du, da trennt sich aus dem Chat. 57% Kevin Trapp. 43%. Haben die Leute die Statistik nicht gesehen? Okay. Habt ihr ausgeblendet? Ich. Ja gut, dann wundert es mich nicht. Dann ist es doch super für mich. Und die Tiefe mitnehmen. Torwart. Hallo. Hey. Oh. Gottes Willen, ey. So, wie seht ihr die Statistik? Kevin, wir haben ein paar Fragen an dich auf dem Chat. Ernsthaft? Ja. Aber ihr lenkt mich jetzt ab. Ernsthaft? Das ist wahrscheinlich eine Taktik auf jeden Fall, ja? Dann stell mal. Die wollen gewinnen. Ist Müsli eine Suppe oder nicht? Was Müsli eine Suppe ist? Ja. Das hab ich noch nie gehört. Ist das eine ernste Frage? Ja. Müsli? Geh. 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 Mach ich ihn. Ja. Also kannst du ruhig weiterfragen. Es läuft anscheinend. Ja, war die Antwort, ja? Bitte? Ja, war die Antwort gerade? Müsli ist eine gute Frage, weil ich mich noch nicht mit ausnahmere. Nein, eigentlich nicht. Finde ich eigentlich auch. Spannende Frage, aber... Also für mich nicht, ne. Okay. Ich muss sagen, für mich auch nicht. Ich hab ihn übrigens gerade eingewechselt, ne? Ja, 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 ja. Stark gespielt. Das ist sexy gespielt. Ui. Und nochmal. Ui. Und nochmal. Hallo. Hey. Was macht der? Warum spielt der nicht nochmal quer? Ohohoho. Torwart. 1 gegen 1. Torwart. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Hä? Für was? Hey, dann gibt's doch... Für was? Hey, dann ist doch Elfer. Jetzt war doch eben ein Ding drin. Ajo. Ajo. Jetzt gibt's 1,5 Meter. Gibt's 1,5 Meter? Oh, oh. Ja, dreh dich ruhig rum. Kering? Wie springt man denn? Ich weiß nicht, wie man springt. Wie Kering? Ja! Oh! Wo ist der Killer? Okay, das beantwortet zumindest 2,5 Meter. Ich hab's doch vorhin noch... Ich hab's doch gesagt vorhin. Es gibt's doch nicht. Nein. Nein. Sehr tief. Ja. Das gibt's nicht. Letzten 2 Minuten. Läuft um. Ey, hallo. Was denn? Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. So, jetzt brauch ich eine Anspielstation. Nein, nein, das kriegst du... Alter, das ist komisch. Die Entscheidung ist jetzt einfach auf 5 und zu 0. Ich glaub, man darf das Spiel nicht so oft spielen. Und zu 0. Ich hab vielleicht sogar die Frage. Käppchen, komm, spielst du wieder zu 0? Ja, bitte. Ja, jetzt gerade. Ja. Vielleicht. Vielleicht passiert aber auch was. Ich hab' mir viel abgefallen gerade. Pfeife ab. 2-0 das ganze Torwart. Boah, schön. Nein, nein, nein. Gibt's noch ein 3-0? Nein. Übertor? Nein. Das Übertor. Wie kann man da abpfeifen? Ja. Weiß es war doch. War ja schon safe, deswegen. Aber wir haben uns zu 0. Wir spielen. Sehr gut.